Hallo und herzlich willkommen hier bei Modellbahnunion zu einer weiteren Produktvorstellung in H0. Heute nehmen wir uns etwas Ausländisches vor, nämlich den tschechischen Diesel-Triebwagen, wie wir ihn hier schon sehen, den M152.0. Den schauen wir uns im Vorbild an, genauso wie natürlich im Modell. Wir haben natürlich auch wieder hier eine Sound-Variante, da hören wir uns auch die Sounds an und natürlich auch, gefahren wird bei uns auch. Der Fahrplan steht, wir legen los. 1973 wurde von der Waggonka Tatra in Studienka der erste Prototyp der Reihe als M151.0001 im Oktober auf der Weltausstellung der Eisenbahntechnik in Basel der Öffentlichkeit vorgestellt. Es entstanden dann ab 1975 in sieben Bauserien 680 Fahrzeuge für die GSD, als Baureihe dann M152.0. Passend zu den Triebwagen wurden auch dementsprechende Beiwagen angefertigt, wie wir sie hier auch schon sehen. Und diese waren im Aussehen und in der Form identisch wie die Triebwagen. Die Triebwagen konnten bis zu zwei Beiwagen zeitgleich ziehen, was dann insgesamt es zu einer Dreifachtraktion brachte. Für den grenzüberschreitenden Personenverkehr nach Chob in der Ukraine erhielten zwei Triebwagen ab 1982 besondere Radsätze und besondere Achsen mit der sogenannten sowjetischen Breitspur. Das sind 1520 Millimetern. Und auch allgemein gesagt, aufgrund der eckigen Aufbauten dieser Triebwagen erhielten diese den Spitznamen von Eisenbahnfreunden Brotbüchse. Zwischen 1987 und 1990 führte die GSD die EDV-gerechten Triebfahrzeugnummern ein. Und da kam es dann zu einer lustigen Besonderheit, denn man hatte zeitgleich die alten gusseisernen Bezeichnungen auf dem Triebwagen und die neuen EDV-Nummern auf dem Triebwagen auf beiden Seiten. Das hat man übrigens hier auch wunderschön umgesetzt. Einmal haben wir hier Zuglaufschilder und dann natürlich hier auch für den Beiwagen und auch für den Triebwagen diese Schilder, die man sich dann so anbringen möchte, wie man es haben möchte. Dazu aber gleich mehr. Aber es ist schön, dass auch hier Rokko das auch mit beigefügt hat. Bei dieser EDV-Umstellung bekamen natürlich die Triebwagen und natürlich auch die Beiwagen neue Baureihenbezeichnungen. Die Triebwagen wurden in die 810er Reihung eingegliedert und die Beiwagen bekamen die Baureihenbezeichnung 010. Baugleiche Fahrzeuge wurden auch an die ungarischen Staatsbahn, kurz MAV, geliefert und diese bezeichnen diese Triebwagen als BZMOT. Nach der Teilung der damaligen Tschechoslowakei in Tschechien und die Slowakei am 1. Januar 1993 wurden auch die Trieb- und Beiwagen dieser Serie auf die neu gegründeten Staatsbahnen CD und ZSR aufgegliedert. Museal erhalten sind natürlich auch welche und zwar die Fahrzeuge M152.0002 und der CD sowie M152.0517 und der M152.0535 von KZC Dobrava. Und auch eine ganz lustige Sache, die ich auch noch nicht wusste und zwar gleich hier bei uns um die Ecke wurde auf dem Parkplatz der Oberschlesischen Landesmuseum in Ratigenhösel der Beiwagen 505424-29174-6 aufgestellt. Zum Schluss noch ein paar Eckdaten zum großen Vorbild. Wir haben hier eine Länge über Puffer von 13,97 Metern. Wir haben eine Dienstmasse von 20 Tonnen, eine maximale Geschwindigkeit von 80 kmh und wir haben hier einen rein Sechszylinder-Motor mit 155 kW. Wir haben hier einen Sechszylinder-Motor mit 155-KW. So, kommen wir zum Modell in 1,87 und da fangen wir erstmal vorne an. Was kommt alles mit dem Wagen zu uns? Natürlich hier die wunderschöne Rokko-Standard-Verpackung, in der der Triebwagen mit Beiwagen sicher verpackt ist. Dann haben wir unheimlich viele Zurüstteile und zwar haben wir hier einmal das ganz normale Standard-Tütchen, wo wir Bremsschläuche drin haben, Zughaken etc. und auch noch zwei Rokko-Kurzkupplungen. Dann haben wir ein zweites Zurüstbeutelchen, nochmal mit Bremsschläuchen. Hier auch nochmal dann mit Rokko-Kurzkupplungen. Zusätzlich dann mit starren, grauen Kupplungen. Grau hier in dem gleichen Grauton wie die Puffer. Das sieht dann sehr schön aus. Es ist auch kurzkupplungsfähig. Und dann haben wir noch vier weitere Zurüstbeutelchen und zwar zwei für den Triebwagen vorne, wo wir dann hier, wie eben auch schon beim Vorbild angesprochen, die ganzen Bezeichnungen haben, wo wir dann einmal die Nummer M152 haben und so weiter und so weiter. Also da hat man sich wirklich sehr viel Mühe und sehr viel Liebe reingesteckt. Dann haben wir hier einmal Zuglaufschilder in der Ausführung 1, 2, 3 Stück, die man dann hier kleben kann. Und das Ganze dann natürlich noch in der gleichen Ausführung für den Beiwagen. Einmal die Zuglaufschilder und dann auch einmal natürlich die gesamten Bezeichnungen. Dann haben wir hier standardmäßig die Bedienungsanleitung. Bezeichnung und dann, das finde ich sehr cool gemacht, einmal hier eine genaue Auflistung, wo die gesamten Steckteile hinkommen, damit man auch wirklich genau die Steckteile da anbringt, auch wo sie hingehören. Hier dann einmal das Ersatzteilblatt, was auch wieder etwas größer ausfällt. Und dann ganz zum Schluss für unseren Sounddecoder, der ja bei unserem Modell auch schon ab Werk dabei ist, eine nochmal Beschreibung. Und dann hier, das Wichtigste natürlich auf der Innenseite, die Bezeichnung der gesamten Soundfunktionen. Die werden wir uns natürlich gleich anhören. Kommen wir zu den Eckdaten unseres wunderschönen Modells hier. Wir haben hier die Bahnverwaltung GSD, wie eben ja auch schon unzählige Male genannt. Wir haben hier ein Zug der Epoche 4 und wir haben hier ein Fahrzeug mit dem Gleichstromsystem DCC. Wir haben eine komplette Neukonstruktion des Dieseltriebwagen M152, der tschechischen Staatsbahn, in der Ursprungsausführung, wie sie damals auf die Schienen kam, mit dem Beiwagen der Gattung BLM. Wir haben die Ausführung und Farbgegen, wie ja gerade schon gesagt, der ersten Lieferserie, separat angesetzte Scheibenwischer mit beiliegenden Steckteilen zur Darstellung der geschlossenen Frontschürze. Das ist auch etwas sehr Schönes, wie ich finde, dass man vorne, da im Prinzip, wo nichts gekuppelt wird, man das Fahrzeug so herrichten kann, dass man im Prinzip den Kupplungsstach nicht sieht, die mit den langen Brammschläuchen, so dass man wirklich diesen Vitrinenmodus herstellen kann, dass es komplett schön geschlossen ist, wie im Vorbild. Finde ich wirklich eine sehr, sehr schöne Sache. Mit Onboard-Decoder und digital schaltbaren Licht- und Soundfunktionen und die Besonderheit ab Werk mit Funktionsdecoder im Beiwagen. Wir haben nämlich hier einmal einen Sounddecoder für die gesamten Funktionen vorne im Triebwagen und für die gesamten Lichtfunktionen im Beiwagen haben wir nochmal einen Funktionsdecoder verbaut, die natürlich separat dann auch gesteuert werden können. Wie das alles aussieht, werden wir uns gleich natürlich anschauen, wenn wir uns die Licht- und Soundfunktionen genauer anschauen. Wir haben zwei angetriebene Achsen, wir haben eine komplette Innenanrichtung, auch vorne mit Führerstand und Lokführer, das finde ich auch sehr wichtig, weil der gehört einfach nochmal dazu. Wir haben eine Kupplung nach NEM362 mit Kurzkupplungskinematik und wir haben hier einen Mindestradius 358 mm. Zu den technischen Sachen haben wir natürlich eine Schwungmasse verbaut, wir haben einen Pufferkondensator verbaut, wo im Prinzip es sichergestellt wird, dass wenn man über nicht polarisierte Weichen oder dreckige Gleise fährt, dass das Fahrzeug nicht stehen bleibt, sondern dass die Energie in diesem Pufferkondensator gespeichert wird vorher und dann abgelassen wird, so dass das Fahrzeug dann ruckfrei über diese Stellen fahren kann. Wir haben eine Innenbeleuchtung in LED-Technik, genau wie das Spitzen- und Schlusslicht auf beiden Seiten, das ist auch in LED gehalten. Wir haben eine Länge über Puffer von 322 mm und wir haben, wie ja eben schon gesagt, einmal einen Plug 16 Sounddecoder und auch einen Plug 16 Funktionsdecoder. Kommen wir nun noch zu den Artikelnummern. Wie ja eben schon gesagt, haben wir hier das Gleichstrommodell mit Sound-Up-Werk. Da haben wir die Artikelnummer 70373. Möchte man das Modell ohne Decoder haben, hat man die Möglichkeit, sich das zu holen mit der Artikelnummer 70372. Und wie wir ja eben beim Vorbild schon gehört haben, waren die Triebwagen in der Lage, bis zu zwei Beiwagen zeitgleich mitzuführen. Da ist Rocco auch drauf eingegangen, was ich sehr schön finde. Das heißt, man hat die Möglichkeit, sich einen Beiwagen separat noch dazu zu kaufen. Und das ist die Artikelnummer 74240. Ja ihr Lieben, das war dann auch das Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Sollten jetzt noch Fragen eurerseits offen sein, habt ihr natürlich gerne einmal die Möglichkeit, einmal unter das Video zu kommentieren oder uns direkt eine E-Mail zu schreiben. Ihr wollt dieses Modell hier haben? Auch kein Problem. Einfach unsere Internetseite www.modellbahnunion.com besuchen und dort die Artikelnummern eingehen, sich liefern lassen und glücklich sein. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt gesund und tschüss. Lasst gerne ein Like da, vergesst nicht unseren Kanal zu abonnieren und aktiviert die Glocke, damit ihr auch keine weiteren Videos von uns verpasst. Bis zum nächsten Mal. 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 Die Sendung von Trenčianske Bohuslavice Die Sendung von Trenčianske Bohuslavice Die Sendung von Trenčianske Bohuslavice